Auf meinem Bild sieht man einen Laptop in der Natur und dieses Bild soll im Prinzip den Kontrast zwischen moderner Technik und der Natur darstellen, weil man zurzeit in der heutigen Entwicklung und auch in zukünftigen Innovationen meiner Meinung nach immer mehr mit der Natur zu tun hat, auch zum Beispiel in dem Teilbereich der Bionik, wo man sich schon direkt Bewegungsmuster zum Beispiel aus der Natur absieht und mein Bild soll quasi die Symbiose zeigen zwischen der Natur und Innovation.